Liebe Kulturfreunde, liebe Tanzfreunde, herzlich willkommen im leeren alten Schlachthof nach Back to the Stage und Back to the Gallery sind wir heute Back to Dance für euch hier in den leeren Räumlichkeiten. Wie ihr wisst, dürfen wir noch immer nicht vor Publikum veranstalten und da wir unsere Freelancer, unsere Künstler und auch euch als Publikum nicht hängen lassen wollten, haben wir uns heute ein besonderes Experiment ausgedacht. Wir werden euch eine Alternative zum Tanzart Festival bieten und die Räume betanzen. Schön, dass ihr dabei seid und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.